Ja, eigentlich wollte ich ja immer politisches Kabarett machen, aber ein guter Freund sagte mir, ich soll noch von etwas reden, wovon ich auch was verstehe. Okay, dachte ich mir, Essen und Männer. Aber ich bin auch noch Fachfrau auf einem anderen Gebiet. Die weibliche Psyche, für jeden Mann, für ein Buch mit sieben Siegel. Davon haben wir der Lädes beschlossen. So. 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 Nun hab ich mal das Gefühl, am ganzen Körper fächse Piep. Zur Hälfte Piep, zur Hälfte, sechs. Ein nicht ganz sechs Gefühl, komplett. Nun hab ich ein rechteres Ziel, am ganzen Körper fächse Piep. Und sieben Piep und acht Piep, macht mir die Schuhe von Blitzen Piep. Und am Gegentier.